Mama sieht irgendwie anders aus. Sie hat doch zweifelsohne einen dickeren Bauch bekommen. Und nein, die Mutter von Lisa wurde auch immer runder, bevor sie einen nervigen, schreienden Bruder bekam. Das darf nicht sein. Es ist nicht mehr zu leugnen. Ah, und da kommt das Gespräch mit den Eltern. Das lässige Leben als Einzelkind ist vorbei. Wie konnte das passieren? Und wann kommt diese Nervensäge nun aus Mamas Bauch? Kannst du das beantworten? Schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, wie das mit der Schwangerschaft und Geburt so abläuft und warten ab, wie es für Nick und seine Familie weitergeht. Also, so viel steht fest. Nicks Mom ist schwanger. Genauer gesagt, bereits im achten Monat. Die Bewegungen des Babys sind gut spürbar, wenn man die Hand an den Bauch legt. Aber fangen wir von vorne an. Wie entsteht ein Kind? Beim Geschlechtsverkehr führt der Mann seinen steifen Penis zunächst in die Scheide der Frau. Durch rhythmische Bewegungen kann dann ein angenehmes Gefühl für beide entstehen, was unter anderem zum Samenerguss des Mannes führen kann. Dabei werden Millionen von Spermienzellen aus dem Penis ausgestoßen, welche durch Eigenbewegungen des Schwanzteils in Gebärmutter und Eileiter der Frau schwimmen. Treffen sie dort auf eine reife Eizelle und dringt der Kopf einer Spermienzelle in die Eizelle ein, verschmilzen deren Zellkerne miteinander und man spricht von der Befruchtung. Diese ist Voraussetzung einer jeden Schwangerschaft. Eine befruchtete Eizelle nennt man Zygote. Die Zygote wird durch die Bewegung der Flimmerhärchen des Eileiters in die Gebärmutter transportiert und teilt sich dabei, sodass immer mehr Zellen entstehen. Aus diesen bildet sich das sogenannte Keimbläschen. Mit der Einnistung, also dem Verwachsen des Keimbläschens mit der Gebärmutterschleimhaut, beginnt die Schwangerschaft. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017